Liebe Freunde, Schabbat Shalom! Dieser Schabbat lesen wir in Pasha Beshalach vom Auszug aus Ägypten. Wir hegen Hoffnung, aber wir haben auch Angst. Auch beim Essen von Matzah und Maror gibt es eine solche Ambivalenz. Es ist eine schwierige Zeit. Wir leben mit sehr gemischten Gefühlen. Wir hegen Hoffnung, aber wir haben auch Angst. Wir spüren die Ambivalenz unserer Gefühle. Bald werden wir Pessach wieder feiern. Das Essen von Matzah und Maror hat auch eine solche Dualität, eine doppelte Symbolik. Matzah ist sowohl Sklavenbrot als auch Nahrung der Freiheit, weil man beim Exodus wegen der Eile keine Zeit hatte, das Brot aufgehen zu lassen. Maror hat neben der Symbolfunktion der Bitterkeit, der Knechtschaft, auch eine positive Deutung. Es diente als Aroma zum gerösteten Pessachfleisch. Die doppelte Konnotation des Marors hat nach der Meinung von Rabbi Schlomo Salman Auerbach eine tiefgründige Bedeutung. Normalerweise erfahren wir angenehme Geschehnisse als gut, während wir unangenehme Schicksalsschläge als schlecht einordnen. Diese Zweiteilung ist jedoch künstlich eine Folge unserer Kurzsichtigkeit. Faktisch geschieht alles, wie schwer uns die Annahme auch fällt, zum Guten. Tatsächlich handelt es sich bei gut und schlecht nur um menschliche Qualifikationen. In der Mischna, in der mündlichen Überlieferung, werden verschiedene Gemüsesorten erwähnt, die als Maror geeignet sind. Zum Beispiel Meerrettich und Romana Salat. Romana Salat verdient den Vorzug vor Meerrettich mit seinem intensiv bitteren Geschmack. Romana Salat ist anfangs nicht wirklich bitter im Geschmack. Er spiegelt aber die Situation in Ägypten ziemlich genau wieder. Zu Beginn waren die Kinder Jakobs herzlich willkommen. Erst danach machten die Ägypter ihnen das Leben schwer und bitter. Symbolisch ausgedrückt betont die Mischna, dass die Romana Salatbehandlung den Vorzug verdient. Rabbi Jakob Kamenetzki findet, dass der milde Romana Salat für den goldenen Mittenweg im Leben steht, der immer bevorzugt werden sollte. Jede Form von Extremismus ist verpönt. «Dient Gott in Freude» ist unsere Devise, symbolisiert durch die angenehme Maror-Variante, durch den Romana Salat. Liebe Leute, wir sind in einer schwierigen Situation und sehen noch nicht das Ende des Tunnels. Ich wünsche Ihnen viel Kraft. Bleiben Sie gesund und Schabbat Shalom! Schabbat Shalom, дорогие друзья! W этот Schabbat wir zitieren in der Niedelung главe Tore B'shallaah. O выходe aus Egypter. Wir leben mit sehr schmerzigen fühlen, дорогие друзья. Wir lieben die Hoffnung, aber wir haben die Angst. Wir haben die Angst, aber wir haben die Angst. Wir haben die Angst. Schönen wir spätten Pesach. Die Matsy und Marora in der Gereichung haben eine sollegegeistung. Matsy ist ein und ein Ratschland, und ein Ratschland, und ein Ratschland. Denn in der Zeit, in der Sprechung, nicht mehr Zeit, um zu können, um Ratschland zu kommen. Maror, im Ratschland, um die Ratschland, eine sehr gute Art von Ratschland. Er ist aromat, um zu jaren мясen Pesach. Von Ravina Shloma Zalmana Auerbach, zweifelte Verständnis Marora hat einen sehr großen Sinn. Wir sehen uns, dass wir die gute und die gute und die gute und die gute und die gute. Aber das einfachste разделen ist, und es ist ein grundsätzlicher unserer Blizorukheit. Na самом деле, дорогие друзья, как бы нам не было трудно это принять, все происходит нам во благо, хорошее и плохое. Это всего лишь человеческое разделение. В Мишне, в Усной Торе упоминаются различные овощи, пригодные в качестве марора. Например, хрен или салат латук. Арамейский салат с его насыщенным, горьковатым вкусом. Он предпочтителен перед хреном, например. Арамейский салат не очень горький по вкусу. И это во многом отражает ситуацию в Египте. Вначале дети Якова были тепло встречены в Египте. И только потом египтяне сделали их жизнь трудной и горькой. Равин Яков Каменецкий находит, что салат латук представляет собой счастливую среду в жизни. И этому всегда следует отдавать предпочтение. Служение Всевышнему в радости, дорогие друзья. Это наш девиз, который символизирует вторым смыслом марора. Любая форма экстремизма при любом выборе не одобряется, дорогие друзья. Мы находимся в сложной ситуации. И, к сожалению, еще не виден свет в конце туннеля. Но я желаю всем нам много сил, терпения и мужества. И все будет хорошо. Будьте здоровы. Браха ва цлаха. Шаббат шалом. Ваш Равин Каплан. Шаббат шалом. 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 Шаббат шалом.